und jetzt doppelwechsel der ball rollt die zweite hälfte läuft klasse gemacht stark geblockt gute aktion den ball nimmt er locker auf partie bleibt natürlich nach dieser aktion offen und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse parade des keepers jetzt ganz gefährlich werden er lässt den gegner stehen er trifft die latte bei jambal der wert gut gekommen aber der spieler block den ball ab müsste ecke geben und die gibt's auch er köpft den ball der ball ist drin super timing bei kopf so jetzt gibt es natürlich auch die wiederholung dieses treffers sehr gut den kopf an den ball nach dieser ecke gebracht keine abwehrmöglichkeit jetzt gab es so viele torchancen nun endlich der erste treffer in diesem spiel das könnte jetzt den bann gebrochener wer ist drehen es steht unentschieden ein klasse abschluss ersetzt den ball knapp unter die latte hat aber auch alles gepasst wolf den ball trifft er super und damit alles auf anfang es steht eins zu eins der ball ist im seitenhaus ein wurf den holt er sehe ich mit einem guten tag legen jonathan suriano das könnte der gelegenheit werden machte ihn das war der torwart gut den ball hat er weiter geht es mit einem einwurf nächster versuch ein weiterer einwurf und nun oscar das gibt noch einen einwurf gefährliche flanke der geht daneben aber kein schlechter versuch und das aus der distanz aber die kenne das hat er schon oft gezeigt jetzt dadurch und jetzt für sie noch mal der treffer diesmal aus einer anderen perspektive 21 hier ist noch alles drin und jetzt sehen wir mal wie viele ecken es hier heute gab und jego costa gibt es jetzt die gelegenheit den zweikampf wird er gut jetzt hat er den ball louis jetzt am ball jonathan suriano wichtig den ball hat er sicher die kugel ist weg er kommt nicht vorbei die kugel ist weg er kommt nicht vorbei und jetzt ein schuss er köpft ihn der ball ist drin der treffer zählt ausgleich ja so können wir ihn technisch einwandfrei und überlegt bringt er den ball da im kasten unter und lässt alles dabei so leicht aussehen und wieder eine unfassbare parade und wieder bewahrt er seine mannschaft vor dem rückstand und bei jetzt könnte man abspielen diego costa das ist wahnsinn sie treffen direkt nochmal und jetzt müssen sie hier aufpassen dass ihnen das spiel nicht komplett entgleitet für den moment sind sie jedenfalls geschockt fünf treffer haben wir gesehen es steht 32 das ist ein enges spiel ausgleich ausgleich und bei klar freistuss gibt und vielleicht noch mehr nur war an der ball ist draußen es gibt einwurf jesse rodriguez das wird nochmal einwurf geben und disco er passt auf und holt sich im mittelfeld den ball schiedsrichter entscheidet auf freistoß sofort ausgeführt mitspieler frei jetzt kann der pass kommen da kommt der schuss und das war jetzt wirklich ärgerlich wenn der drin gewesen wäre jetzt ganz gut ausgesehen ja das ding wäre wichtig gewesen trotzdem ein guter versuch fünf minuten sind sie noch und sie müssen bis zum ende konzentriert bleiben wenn sie hier gewinnen wollen da zieht er ab klasse aktion torwart hält den ball fest weiter geht es mit einem einwurf ganz schnell ausgeführter einwurf jetzt jürgen costa gut den ball hier im mittelfeld erobert noch ist nicht schluss viel entfernung war zu groß kein problem für den torhüter aus diesem einwurf könnte sich vielleicht eine chance entwickeln wenn du nicht jetzt den holt er sehe ich mit einem guten tag legen jetzt jürgen costa vielleicht die letzte chance hier noch in der jetzt schießt er das hat der verteidiger klasse gemacht so kommt der schuss nicht durch der torwart ist mit vorne drehen es ist ihre letzte chance das spiel ist vorbei das das Untertitelung des ZDF, 2020